Ja, guten Morgen auch von mir, guten Morgen liebe Gemeinde, gut Morgen auch Gäste, auch Gäste, die vielleicht das erste Mal hier sind. Es sind einige hier, die das erste Mal da sind. Willkommen auch von mir hier. Ja, normalerweise steht jetzt das BIMA-Bild und dann steht dann immer ein Titel. Äh, 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 von wegen Joker beziehungsweise, äh, Trumpf, Jesus ist Trumpf war letztes Mal. Und bei mir steht einfach nur so ein Bibeltext. Aber vielleicht auch, weil ich einfach nicht geschafft habe, irgendwie so einen richtig guten Titel zu geben. Heute geht es weiter in der Predigt-Serie aus dem Hebräerbrief. Wir wollen heute den Predigt-Text lesen, und zwar aus Hebräer 3, Verse 7 bis 19. Bevor ich den Text lese, würde ich gerne einmal wissen, ich bin einfach furchtbar neugierig. Wer von euch hat sich den Text vorher durchgelesen? Wer hat sich den Text mäßig auf diesen Gottesdienst vorbereitet? Okay, weil es ist relativ viel Text, und, ähm, alles können wir nicht betrachten. Ich werde da so ein bisschen durchfliegen. Und es ist eigentlich auch nur der erste Teil von zwei Teilen. Den zweiten Teil wird nächste Woche Willi machen. Ich lese den Text aus der Luther-Übersetzung, Hebräer 3, Verse 7 bis 19. Darum, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen. 40 Jahre lang. Darum zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen. Aber sie verstanden meine Wege nicht, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle vom lebendigen Gott. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die erste Gewissheit bis zum Ende festhalten. Solange es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Denn als sie das hörten, wurden einige verbittert, aber nicht alle, die von Ägypten auszogen unter Mose. Und wem zürnte Gott 40 Jahre lang? Waren es nicht die, die Sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenig den Ungehorsam? Und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen des Unglaubens. Den Text noch ein Stück zu erklären oder durchzugehen, ist relativ schwierig. Deswegen habe ich den in drei Abschnitte geteilt. Einmal in den Versen 7 bis 11 und dann 12 bis 14 und dann 14 bis 19. Fangen wir mit dem ersten Teil an, und zwar die Verse 6 bis 11, Hebräer 3, 6 bis 11. Warum 6 bis 11? Ganz einfach, unser Text fängt an mit einem Darum. Das heißt, es bezieht sich auf den Text vorher, auf den Vers vorher. Und deswegen ist der Vers 6 wichtig. Timo hat ihn uns letzten Mittwoch ausgelegt und hat es eigentlich sehr gut erklärt, den Text vorher. Deswegen gehe ich auch nur noch auf den Vers 6 ein. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir den Freimut und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum zürnte ich diesem Geschlecht und sprach immer irren sie im Herzen. Aber sie verstanden meine Wege nicht, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. In Vers 6 sehen wir nochmal ganz eindeutig, Gott ist treu. Gott ist absolut treu. Und es wird hier nochmal klar gemacht, für die, die gläubig sind. Wenn wir zu ihm gehören, wenn wir seine Kinder sind, wie er hat wiedergeboren, dann sind wir sein Haus. Wir gehören ihm. Fest. Und trotzdem kommt ab Vers 7 eine ganz spannende Mahnung. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, und so weiter. Es folgt, das ist ein Zitat eigentlich aus dem Psalm 95, wobei der Schreiber des Hebräerbriefes ihn relativ frei zitiert, wortwörtlich zumindest vom hebräischen her ist es wohl etwas anders, aber er zitiert aus der Septuaginta. Und dieses Zitat, das hat es in sich. Aber bevor wir uns das Zitat genau anschauen, nochmal kurz nebenher. Es ist eigentlich fast schon so, ja, nebenher erzählt, in Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht. Es wird nochmal ganz klar bezeugt, das Wort Gottes ist vom Heiligen Geist gewirkt. Das, was wir in der Bibel finden, und zwar alles, was in der Bibel geschrieben ist, ist zwar von Menschen aufgeschrieben worden, aber der Autor, der Urheber, der Urheber ist Gott, ist der Heilige Geist. Das ist wichtig für uns. Das ist extrem wichtig. Denn alle Zusagen, die da stehen, alle die Zusagen, alle die Verheißungen, alles das, was Gott uns versprochen hat, das gilt. Es ist autorisiert von ihm selbst. Das hat sich nicht irgendeiner ausgedacht, ja, wenn du betest, wird Gott dich ja hören. Das ist nicht ausgedacht. Das hat der Heilige Geist so aufschreiben lassen. Warum? Weil das so ist. Es ist Gottes Wort. Auch wenn er es durch verschiedene Leute niederschrieben oder hat niederschreiben lassen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Es ist in der Gegenwartsform. Er hätte ja auch zitieren, kann nur sagen, damals sagte er, heute, wenn ihr seine Stimme gehört habt. Nein. Es steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Es ist Gegenwartsform. Es ist aktuell. Das Wort Gottes ist aktuell. Es ist aktuell, weil der Heilige Geist es damals, sie hat aufschreiben lassen. Aber das, was in den Psalmen war, das waren tausend Jahre vor, vor dem, was jetzt im Hebräerbrief steht. Das ist immer noch aktuell. Und das ist auch für uns heute noch aktuell. Gott ändert sich nicht. Das wird in der Bibel immer wieder betont. Und das ist wichtig. Wir können uns auf ihn verlassen. Was an dem Text folgt, ist ein Ausschnitt aus der Geschichte des Volkes Israel. Es ist ein entscheidender Teil der Geschichte Israels. Denn das ist so die Gründungsgeschichte, die Gründungs, die Entstehung des Volkes Israel, des Staates Israel, des ersten Staates Israel. Vorher war die Geschichte von Gott mit einzelnen Personen. Mit Abraham, mit seinem Sohn Isaac, mit Jakob. Jakob hatte dann eine sehr große Familie und einer seiner Söhne war nach Ägypten gekommen. Obwohl er eigentlich dorthin gekommen war, dass er sterben sollte, das war mit ihm beabsichtigt worden, hat Gott es gut geführt und er ist sogar zum zweiten Mal im Staat aufgestiegen. Und er holt seine ganze Familie nach Ägypten. Das Volk vermehrt sich, wird groß und dann ändern sich die Verhältnisse. Israel lebte in Ägypten und dann wollen sie ausziehen. Diese Geschichte des Auszuges ist letztendlich ein Typus. Ein Typus auf unser Leben. Ein Typus ist so viel wie ein Abbildungsvergleich. Und man kann das sehr gut auf unser Leben anwenden, diese Geschichte vom Auszug. Israel lebte in Ägypten. Dort wurde es unterdrückt. In Ägypten waren die Israeliten Sklaven. Sie mussten arbeiten. Sie wurden ausgepeitscht, umgebracht. Sie waren Sklaven, die keine Freiheiten hatten. So wie wir. Bevor wir unser Leben Gott übergeben haben, waren wir Sklaven. Vielleicht bist du noch Sklave. Sklave der Sünde, dass du immer noch genau das tust, was die Sünde von dir will. Dass du gar nicht frei entscheiden kannst, gar nicht frei Gutes tun kannst. Und gar nicht frei bist. Nein, du bist dann Sklave der Sünde. So wie wir alle hier Sklaven der Sünde waren. So wie das Volk Israel Sklave in Ägypten war. In dieser Situation schrie das Volk zu Gott. Und Gott erhörte sie. Und Gott schickte Mose zu ihnen. Mose führte sie aus der Sklaverei heraus. Und wenn wir das auf uns anwenden, wenn wir unsere Sündhaftigkeit erkennen, wenn wir erkennen, dass ich Sklave der Sünde bin, dass ich nicht von selber rauskomme, dass ich Vergebung brauche, wenn wir dann um Vergebung bitten. Gott hat Jesus geschickt. Gott hat Jesus durch seinen Opfertod hat Gott uns in Jesus die Vergebung ermöglicht. Wir haben die Möglichkeit, aus dieser Sklaverei der Sünde rauszukommen, so wie Mose das Volk rausgeführt hat. durch die Annahme der Vergebung und aufrichtige Buße, so steht es in der Bibel, und diese aufrichtige Buße nennt man Bekehrung, werden uns unsere Sünden vergeben und Gott schenkt uns die Wiedergeburt. Das hat er uns fest zugesagt. An vielen Stellen steht. Wenn wir glauben, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir uns an ihn wenden, so ist er treu und gerecht und er wird uns zu sich nehmen, er wird uns annehmen, er wird uns die Wiedergeburt schenken. Deswegen ist es so wichtig, dass das Wort Gottes wirklich das Wort Gottes ist. Das ist der Heilige Geist, die Bibel geschrieben hat. Wir können uns darauf verlassen, dass wir wirklich diese Verheißung, wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden ihm geben, dass er uns dann aufnimmt, dass wir seine Kinder werden können, dass wir Vergebung kriegen. Jesus führt aus dieser Sklaverei der Sünde und dann das Volk ist jetzt rausgezogen aus Ägypten und die ziehen durch die Wüste und sie erleben vieles Großes. Das ägyptische Herr, das sie nicht ziehen lassen will, stellt sie am Roten Meer. Eine militärische Übermacht, das war eines der stärksten Armeen der Welt der damaligen Zeit. nahezu unbesiegbar, stellt ein wehrloses Volk am Meer. Und was macht Gott? Gott lässt sie durchs rote Meer ziehen, trockenen Fußes. Gott versorgt sie. Gott versorgt sie mit Brot vom Himmel, es wird Manna genannt. Gott versorgt sie mit Wasser. Gott versorgt sie mit Wachteln, weil sie so stark einen großen Hunger auf Fleisch hatten. er bewahrt sie, er führt sie durch schwierige Teile, er führt sie 40 Tage lang in der Wüste. Genau wie bei uns. Gott führt uns durch die Schwierigkeiten unseres Lebens. Gut zugegeben, unser Leben hier ist nicht allzu schwierig, zumindest was die äußeren Umstände angeht. Aber manch einer von uns hat einiges an Schwierigkeiten innerlich erlebt. Krankheiten, Verluste, vielleicht psychische Gewalt, körperliche Gewalt. Aber Gott führt uns. Gott führt uns da durch. Und doch sehen wir beim Volk immer wieder, kommt es zur Situation, innerhalb dieser 40 Tage, die haben den Auszug erlebt, das war eine Reihe großer Wunder. Den Durchzug durchs rote Meer, die Versorgung in der Wüste. Und doch sehen wir immer wieder, sie stellen Gott in Frage. Sie fangen an zu mohren. Sie mohren gegen Gott. Ja, sie stellen sogar Gottes Allmacht in Frage. Sie stellen Gott selbst in Frage. Und sie spielen immer wieder mit dem Gedanken, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben, lasst uns doch zurückgehen nach Ägypten. Und es endet letztendlich dann in der Situation, wo sie an der Grenze stehen zum Land Kanan. Das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Das ist das Land, wo sie sich aufgemacht haben, wo sie sich entschieden hatten. Sie mussten sich entscheiden, mitzuziehen. Sie mussten sich entscheiden, das Passerlamm zu nehmen. Sie mussten sich entscheiden, dass sie ihre Pfosten mit Blut streichen. Die mussten den Opfer als Opfer selber nehmen, damit sie losziehen konnten. Sie haben sich bewusst für den Weg entschieden. jetzt stehen sie an der Grenze zum Land Kanan, gefühlte zehn Meter vor dem Ziel und sie schicken Kundschafter los. Sie schicken Kundschafter in das Land Kanan, zwölf, und zehn der zwölf Kundschafter kommen zurück und sagen, tolles Land, aber große Gefahr und schreckliche Gegner und ja, da leben sogar Riesen, die würden uns auffressen und unsere Kinder gleich mit und alles ganz doll schlimm und schrecklich und so weiter und machen das Volk, machen Aufruhr unter dem Volk. Die anderen zwei Kundschafter, Joshua und Kaleb, genauso wie Mose und Aaron, versuchen das Volk zu beschwichtigen und sagen, hey, Gott ist groß, wenn er uns bis hierhin geführt hat, er wird uns auch weiterführen. Aber das Volk hat eine Entscheidung getroffen. Wir lesen davon in 4. Mose, Kapitel 14, die Verse 2 und 3. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde und sprach zu ihnen, ach, dass wir gestorben wären in Ägyptenland oder in dieser Wüste, ach, wären wir doch gestorben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und dann erhört Gott Gebet. Er hört ihr Gebet. Es kommt zu diesem vernichtenden Urteil. Alle, die aus Ägypten ausgezogen sind, 20 Jahre und älter, sollen in der Wüste sterben. Alle. Das, was sie gerade vorhin gebettelt haben, ach, wären wir doch schon tot und wären wir doch schon gestorben. Wir müssen aufpassen. Gott hört Gebet. Und manch ein Wunsch, ausgesprochen, endet in einer Erhörung. Und es kommt genau dazu. Sie sind 10 Meter vor dem Land ungefähr. und statt der 40 Tage Wanderung durch die Wüste haben die jetzt 40 Jahre Wüstenwanderung vor sich. Diese Generation war aus der Gnade Gottes gefallen. Sie hatten Gott erlebt. Sie hatten sich für ein Leben mit Gott entschieden. Genau wie viele auch von uns. Auch der Zug des Volkes durch das Rote Meer wird oftmals als Sinnbild für die Taufe genommen. Oder die Taufe wird oftmals damit verglichen. Genau wie die Taufe nach einer Bekehrung der nächste Schritt ist. Der Schritt, wo man sich ganz bewusst offen zu Gott bekennt. So wie das Volk Israel ganz bewusst offen durch dieses Meer gegangen ist. Wir müssen uns das vorstellen. Es war jetzt kein Ause, ja? Es war Meer. Wasserwand hier, Wasserwand da. Die sind da trockenen Fußes durch. Das haben die Ägypter auch probiert. Mit ihren schnellen Streitwagen sind sie da durch. Wisst ihr, wie viele Ägypter am anderen Ende angekommen sind? Wisst ihr das? Kein einziger. Kein einziger. Waren die schneller als die Israeliten? Definitiv. Waren die bessere Schwimmer als die Israeliten? Sehr wahrscheinlich. Waren sie besser trainiert? Höchstwahrscheinlich als die meisten des Volkes Israel. Und was hat es ihnen gebracht? Gar nichts. Weil ihnen fehlte die Bekehrung, ihnen fehlte die Entscheidung. Und doch kommen sie nicht am Ziel an. Wie kann das sein? Was war passiert? Das Volk hatte aufgehört zu glauben. Es wollte zurück in die Sklaverei, zurück in die Sklaverei der Sünde. Wenn man sich diese Geschichte durchliest, dann sieht man, dass es nicht diese eine einzelne Entscheidung gewesen ist. Es war nicht diese eine Entscheidung an der Grenze zu sagen, na gut, dann nicht. Wenn man sich den Psalm 95 durchliest und auch diesen Text, den wir vorhin gelesen haben, es war eine Reihe von Entscheidungen. Es war ein Weg, den sie gegangen sind. Immer wieder das in Frage stellen, immer wieder bewusste Sünde, immer wieder bewusstes Aufbegehren gegen Gott. Und der Schreiber des Hebräerbriefes warnt uns deutlich, das kann uns auch passieren. Er will uns nicht Angst machen. Er will nicht sagen, pass bloß auf und Panik. Nein. Aber genauso wie mein Vater mich gewarnt hat, pass auf, der Grill ist warm, der Grill ist heiß, du verbrennst dich. Genauso habe ich auch meine Söhne gewarnt, pass auf, der Grill ist heiß, du verbrennst dich. Genauso ist auch hier im Hebräerbrief. Wenn du dem zu nah kommst, kann es bei dir passieren. Hat mein Vater mir Panik machen wollen, damit ich Angst habe vor allem, was auf der Terrasse passiert? Definitiv nicht. Aber er hat mich davor gewarnt, dass es Dinge gibt, die gefährlich sind. Dinge sind, die uns zerstören können. Aber dieser Grill springt mich nicht an. Und genauso ist es auch mit dem Abfall oder mit dem Verstockt Werden. nichts, gar nichts, was von außen auf uns kommt, kann uns von Christus wegführen. Das sagt Gott ganz eindeutig. Johannes 10, Vers 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Niemand kann uns aus der Hand Christi rauben. Kein Mensch, kein Engel, kein Dämon, kein Satan. Niemand. Niemand kann uns von Gott trennen. In 1. Johannes 5, Vers 4 steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und doch steht hier diese wahren Passage, nicht um uns Angst zu machen, aber steht seht zu, dass ihr festhaltet. Lesen wir weiter im Text, Vers 12 bis 14. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses ungläubiges Herz habe und abfalle vom lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die erste Gewissheit bis zum Ende festhalten. Eine ganz klare Anweisung, wie wir dieses vermeiden können. Gegenseitiges Ermahnen, bleiben in Christus, wir sollen festhalten. steht hier in Vers 14, wenn wir die erste Gewissheit bis zum Ende festhalten. Es war kein einzelner Fehltritt des Volkes damals. Es war keine einzelne Sünde, wo sie aus Versehen gegen Gott gesündigt haben. Es war vielmehr so, dass sie immer wieder aufbegehrt haben, immer wieder bewusst gesündigt haben, bewusst auch die Sünde gesucht und mit jeder Sünde wird das Herz ein Stück weiter verhärtet. Mit jeder Sünde entfernen wir uns ein Stück von Gott und irgendwann kommen wir zu einem Punkt, wo Gott nicht mehr zu uns spricht vielleicht, wo wir nicht mehr zugänglich sind für Gott. Man gewöhnt sich an den Ungehorsam. Das Reden Gottes wird leiser, irgendwann hört man es nicht mehr. Das ist ein schleichender Prozess und deswegen warnt er uns, denn das bringt uns weg von ihm, von Gott. Im dritten Textteil, Verse 14 bis 19 lesen wir, denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die erste Gewissheit bis zum Ende festhalten. Solange es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah, denn als sie das hörten, wurden einige verbittert, aber nicht alle, die von Ägypten auszogen unter Mose. Und wem zürnte Gott 40 Jahre lang, waren es nicht die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe eingehen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen. Und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen des Unglaubens. Aber es waren auch genau diese, die alle Jahre vorher aus Ägypten ausgezogen sind, 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 bewusst entschieden hatten, mit Gott zu gehen, die sich bewusst entschieden hatten, unter der Wolke und unter der Feuersäule zu gehen. In Vers 14 wird nochmal deutlich betont, dass wir bei Gott sein werden, wenn wir in ihm bleiben, wenn wir ihn festhalten, wenn wir an ihm festhalten. Und die erneute Wiederholung der Geschichte des Volkes Israel mit den rhetorischen Fragen hier macht sehr deutlich, diese Warnung ist ernst gemeint. Es ist kein bisschen vorsichtig, nein, es ist schon ernst gemeint. Nicht erst, um Angst zu haben, aber wir sollen uns schon prüfen. Und was in diesem Text ganz besonders auffällt, ist die Betonung des heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Wir haben es am Anfang, wir haben es in der Mitte, wir haben es jetzt schon wieder, heute die Warnung aus der Geschichte des Volkes Israel ist aktuell, vielleicht aktueller denn je. Aber es hat noch einen weiteren Aspekt. Wenn wir zu Gott kommen wollen, wenn wir noch nicht seine Kinder sind, dann ist das nicht einfach so möglich. Denn wir können nur zu ihm kommen, wenn er uns ruft. Und der Heilige Geist mahnt immer wieder. Er spricht die Leute an, vielleicht nicht jedes Mal, vielleicht nicht bei jedem Gottesdienst, vielleicht nicht bei jedem Mal Bibel lesen, aber wiederholt. Und der Heilige Geist mahnt mitunter deutlich. Alle, die sich bekehrt haben, die zu Christus gekommen sind, kennen das. Der Heilige Geist hat sie rufen. Er hat gemahnt, man wurde unruhig, es wurde schwer ums Herz, es wurde, er hat einen gezogen. Aber wir können nur zu ihm kommen, wenn er uns ruft. Und vielleicht spürst du denn schon lange den Ruf. Vielleicht gehst du schon so oft zum Gottesdienst oder guckst Livestream so oft und immer wieder weißt du, ja, Gott will, dass ich eine Entscheidung treffe. Er spricht zu mir, ich spüre ihn, ich spüre es ganz deutlich. Und wir verschieben es, wir schieben es immer wieder auf. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, schieben auf die lange Bank ist eine gefährliche Sache. Viele denken, ach, gut, komm, wenn ich 90 plus bin, werde ich schon glauben und werde ich dann schon irgendwie das hinkriegen. Abgesehen davon, dass die meisten das vielleicht nicht schaffen bis dahin. Aber Gott spricht nicht immer. Beim Volk Israel sehen wir es. Das erste Mal morren sie. Gott verzeiht. Gott spricht zu ihnen. Das zweite Mal. Das dritte Mal. Das vierte Mal. Das achte Mal. Immer wieder. Immer wieder spricht Gott zu ihnen. Immer wieder ermahnt er sie. Und irgendwann sagt er, Ende. Hier ist jetzt gut. Deswegen, heute, wenn er spricht zu dir, solltest du das ernst nehmen. Es kann der Zeitpunkt kommen, wo du vielleicht nicht mehr angesprochen werden wirst. Und wenn du dann sagst, ja gut, okay, ich weiß, ich muss mich bekehren, okay, lieber Gott, nimm mich auf, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Und im Heiligen Geist wird es nicht funktionieren. Gott ist kein Diener, der auf einen Schnippen angerannt kommt und sagt, ja, was kann ich wissen, wisst ihr was? Als Gott damals zu dem Volk gesagt hat, ihr werdet hier sterben, werdet jetzt 40 Jahre durch die Wüste wandern und ihr kommt da jetzt nicht rein, wisst ihr was das Volk dann macht? Das sammelt sich und sagt, okay, na gut, dann gehen wir jetzt rein in das Land. Und wir tun das jetzt doch und wir versuchen es zu erzwingen. Gott hat doch irgendwann mal gesagt, ja, ich soll das machen, ja, aber jetzt nicht mehr. Die Zeit war vorbei und das Volk sagt Hurra und gehen ins Land rein und was passiert? Es sterben viele, sie kriegen ordentlich einen auf die Mütze, es ist eine große Niederlage, viele Tote, viel Leid, viel Sinnloses. Es geht nicht. Deswegen ganz wichtig, heute, wenn Gott zu dir spricht. Ich möchte das gerne noch mal ein bisschen zum Schluss zusammenfassen, kurz. Wir werden hier in diesem Text aufgefordert, heute, das heißt jetzt, auf Gott zu hören. Heute ist die Zeit der Gnade. Ob sie morgen noch ist, wissen wir nicht. heute ist die Zeit der Gnade für dich, wenn du Christus noch nicht hast, dass du sich wirklich für ihn entscheidest, dass du ihn annimmst. Und du spürst es ganz genau, wenn Jesus zu dir spricht. Du spürst es, wenn der Heilige Geist dich anspricht. heute ist die Zeit der Gnade. Und für dich, wenn du schon gläubig bist, steht hier auch ganz deutlich, wir sollen an Christus festhalten. Gott hat sein Wort gegeben, nichts kann uns von ihm trennen, gar nichts. Und diese Warnung ist kein Widerspruch zu dieser Aussage. Im Gegenteil, es ist eine Ergänzung. Niemand, niemand kann uns von Christus wegziehen. Niemand. Aber wir, wir können von Christus weggehen. Christus hat sein Wort gegeben, Gott hat sein Wort gegeben. Er ist treu, er ist gerecht, er ist die Wahrheit. Er wird sein Wort nicht abändern, wie wir Menschen das ab und zu machen. Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Sondern Gott hält sich an sein Wort. Aber wir haben die Möglichkeit, uns unser Wort zu variieren. Und er mahnt uns hier deutlich, haltet fest. deswegen noch mal der Aufruf, heute, wenn du seine Stimme hörst, wenn du merkst, dass Jesus jetzt mit dir spricht, schiebe es nicht auf, mache ganze Sache mit ihm. Wenn du noch nicht sein Kind bist, dann entscheide dich für Christus, solange der Heilige Geist zu dir spricht. mach ganze Sache mit ihm, nimm seine Vergebung an, bekehre dich. Und wenn du schon ein Kind Gottes bist und du merkst, okay, da ist in meinem Leben so einiges an Schlendrian reingekommen und ich habe da einiges angehäuft an Sünde, an Aufbegehren gegen Gott, dann bereinige das. Heute, solange du seine Stimme noch hörst, solange Gott noch dich mahnt und dich anspricht und du sein Reden hörst, solange du sein Reden hörst, bist du noch in seiner Nähe. Bereinige es, wenn nicht, wird es zu einer Verstockung kommen. Im Text steht Verbitterung, zur Verbitterung damals, das griechische Wort könnte man auch Rebellion bezeichnen. Vorher war es ein Verstocken, ein Gott wegschieben, ein Sündigen und es kam zu einer Rebellion gegen Gott. Und so kann es in uns auch kommen. Wenn wir immer mehr Sünde in unser Leben einladen, immer mehr auch bewusst gegen Gott arbeiten, bewusst weggehen von ihm, es wird uns taub machen gegen Gottes Wort, es wird uns hart machen gegen Gottes Wort und letztendlich wird es zu einer, ja, zu einer Verstockung kommen. Amen.